Einen wunderschönen guten Nachmittag. Wir sind heute hier in Graditz bei Torgau auf dem größten Vollblutgestüt. Ist das richtig? Stellen Sie sich doch bitte kurz mal erst mal namentlich vor. Matthias Tandler und das Gestüt Graditz ist nicht das größte, aber es ist zumindest das älteste Vollblutgestüt Deutschlands. Das kann man sagen. Und es ist ja auch ein richtiges Schloss gewesen. Naja, es war schon immer Gestüt. Ein Teil ist natürlich dieser schöne Schlossbau, Landschleermeisterhaus mit großem Saal drin, wo man auch heiraten kann. Und Pöppelmannsaal heißt der. Aber es war schon immer Teil des Gestüts. Also es war jetzt nicht direkt das Schloss dafür. Es wurde ja gebaut von August dem Starken im Zusammenhang mit dem Schloss Hartenfels in Torgau. Dort war quasi das Jagdschloss und Lustsitz und dann braucht man natürlich auch ein Gestüt in der Nähe und das war dann gleich hier. Und heute ist ja großes Treffen, Hengsttreffen in Moritzburg. Das kennt man ja von drei, wie war das? Drei, Sie wissen schon. Sind da Pferde von Ihnen dabei, oder? Also ein Teil vom Gestüt Graditz bewirtschaften wir mit den Vollblütern und der andere Teil wird vom Freistaat Sachsen bewirtschaftet. Zusammen mit Moritzburg ist das die sächsische Gestütsverwaltung und dort ist heute Hengst parat und da sind auch Stuten von hier mit dabei und Fohlen. Und ich glaube, jetzt wird gerade Ihre Kamera angefressen. Das macht nichts. Die Kamera, die hält das aus. Das Schöne an Ihnen ist ja, dass Sie beide Systeme mitgemacht haben. Und Sie haben mir vorhin erzählt in unserem Vorgespräch, Sie haben angefangen mit dem Studium in Leipzig. Das war die einzige Station in der damaligen DDR, wo man das studieren konnte, Agrarwirtschaft. Nicht Agrarwirtschaft an sich, aber es gab dort einen Wissenschaftsbereich Pferdezucht, Bünder und Pferdezucht. Und das war eigentlich so die Stelle, wo man dann vorbereitet würde, wenn man ins Gestüt wollte irgendwo hin. Das waren eigentlich alle hier. Mensch, wir sind hier umringt von den wunderschönen Pferden. Wie alt sind denn die Tiere, die jetzt hier auf der Weide stehen? Also hier, die uns hier gerade so schönen guten Tag sagen, das sind Jährlinge sogenannte. Die sind also jetzt ungefähr anderthalb Jahre alt und jetzt so kurz vor dem Weg in den Randstall. Für die Laien von uns Vollblut, Warmblut, Kaltblut, Araber, das sind ja alles Fachbegriffe für einen Außenstehenden. Ja, fangen wir bei den Arabern an. Das sind die kleineren, sehr rassigen, die ja aus dem südlicheren Gefilden kommen. Arabien ist ja da die letztendlich die eigentliche Herkunft. Daraus entstanden sind dann in England diese englischen Vollblüter, die Rennpferde, die von sich aus auch sehr zäh, also sehr schnell, wendig und hart waren. Und hier in diesen Landstrichen war ja so eine Landespferdezucht, die eigentlich doch relativ groß waren. Die wurden früher natürlich für den Krieg verwendet, beziehungsweise auch für die Landwirtschaft. Und dann hat man begonnen, dort diese englischen Vollblüter einzukreuzen, um die ganze Population ein bisschen leichter zu machen, wendiger zu machen. Man brauchte ja dann Reitpferde, man brauchte Pferde für die Kutschen natürlich auch. Und insofern sind die Warmblutpferde, sogenannten, sind natürlich die, die zum Reiten genommen werden, Springen, Dressur, Vielseitigkeit, beziehungsweise Freizeitpferde. Die englischen Vollblüter, wie wir sie hier sehen, die gehen dann klassisch auf die Rennbahn, laufen dort also kleine, große, mittlere Distanzen. Und die Kutschpferde sind meistens ein bisschen schwerer, ein bisschen größer. Schwere Warmblut zum Beispiel ist dafür gut geeignet. Und das gibt es auch ganz viel hier in Sachsen, auch gerade in Moritzburg wird das sehr ordentlich betrieben. Und da kommt auch die Queen öfter mal einkaufen. Wenn Sie also dann so die großen Kutschen sehen, dann kann das durchaus hier aus Sachsen sein. Irre. Also das heißt, viel Werbung brauchen Sie eigentlich gar nicht machen, weil Sie in der Szene schon eine irre Reputation haben. Graditz an sich ist auch gerade in der Vollblut, das war ja mal eins der ganz, ganz wenigen erfolgreichen Vollblutgestüte. Hier aus Graditz sind zwölf gesamtdeutsche Derbysieger gekommen, zwischen Ende 19. Jahrhundert bis zum Zweiten Weltkrieg. Und auch danach war es Vollblutgestüt zu DDR-Zeiten. Also ja, ich habe mal nachgezählt, ich glaube 1989 waren fast 300 Pferde auf den Rennbahnen hier gleichzeitig unterwegs, die in Graditz groß geworden waren. Da war das also auch eine große Sache. Aber das Wichtige sind sicherlich diese gesamtdeutschen Derbysieger. Da war gerade jetzt quasi so, dass Bayern München der Vollblutzucht vergleichbar damals zu den Zeiten. Und Sie machen das jetzt im siebten Jahr super erfolgreich. Machen Sie das im Team? Wie groß ist denn Ihr Team? Also wir sind im Team zehn Mitarbeiter und betreuen diese Vollblutstuten. Wir haben ungefähr zwischen 40 und 50 Vollblutstuten. Und daraus die Nachzucht, das sind also so im Jahr um die 30 Fohlen, die dann geboren werden. Und dann irgendwann nach anderthalb Jahren sind sie so groß wie die Kameraden jetzt hier und dann langsam reif für die Schule sozusagen. Die gehen dann in die Rennstelle und müssen dann langsam mit Messer und Gabeln essen lernen. Und ich meine, diese Leidenschaft für Pferde, woher kommt die? Kommt die von aus der Kindheit oder haben Sie Black Beauty gesehen auch in der DDR oder woher kam das? Ich kann es Ihnen nicht sagen. Ich habe mit 14 angefangen zu reiten und hat mich nie wieder losgelassen. Kann man denn bei so einem Betrieb sagen, dass man sich da Ziele steckt irgendwie? Haben Sie irgendwelche Ziele? Natürlich die Maintenance, also die, ich sage mal, die Aufrechterhaltung des Gutes, die ganzen Stallungen etc. Das ist ja auch ein Irrsinnsaufwand, denke ich mal. Ja, also hauptsächlich sind das ja, die Pferde, die wir treuen, sind Pensionspferde. Wir hören also anderen Besitzern. Und da ist erst das Ziel natürlich, dass wir denen letztendlich die Pferde dann, ihre Pferde auch so betreuen, dass sie sich da wohlfühlen. Und dass da auch wirklich was dabei rauskommt. Also wenn man jetzt hier diese schmuckten Kerle hier sieht, die sind ja, müssen Sie überlegen, da war ja mal der Hengst und die Stute, dann hat es elf Monate gedauert, bis das Fohlen kam, dann noch anderthalb Jahre bis hierhin. Also das ist ja ein ewig langer Prozess. Und 365 Tage im Jahr muss man sehen, dass man die dann so betreut, dass die auch wirklich so gesund groß werden, wie sie dann hier sind. Also das ist eigentlich das wichtigste Ziel. Der Rest gehört dann mit dazu. Natürlich, klar, auch die Pflege der Anlage, um das alles zu erhalten und schön zu halten. Das ist viel, viel Arbeit. Und bei jeder Temperatur, bei jedem Wetter, egal ob Weihnachten oder Ostern ist, das ist den Pferden auch alles egal. Sieben Tage in der Woche und in der Abfuhrzeit dann auch 24 Stunden. Toll, toll, toll. Wir sind ja jetzt auch gerade vor der, in Anführungsstrichen, Urlaubszeit, also vor der Zeit, wo es halt ein bisschen ruhiger wird, nicht Oktober, November, wie Sie meinten, nicht? Also da können Sie dann auch ein bisschen Kraft schöpfen, oder? Ja, das ist hier immer so eine ganz ruhige Zeit, weil die Pferde alle noch schön auf den Weiden sind, verteilt. Die Jährlinge gehen dann langsam schon in die Rennstelle und spätestens nach der letzten Auktion, dann wird es dann doch mal für zwei, drei Wochen noch ein bisschen ruhiger. Mensch, Ihnen noch weiterhin ganz, ganz viel Erfolg und Leidenschaft, aber ich glaube, Leidenschaft, die stirbt auch nie und wächst eher. Und ja, also alles Beste und vielen Dank für das Interview. Vielen Dank.